ja jetzt muss einmal durchatmen ihr merkt ja schon muss mich locker machen jetzt kommen wir immer zu meinem lieblingsthema nein das ist spaßes hassthema eigentlich weil es so schade ist ist immer das thema mitspieler so was heißt das ich höre es auf diesen workshops immer wieder oder wenn ich vorträge mache es immer wieder dieses thema mitspieler dann frage ich immer was meinst du denn damit ja ich habe mit dem egon gespielt und das war so schwierig und quatsch immer rum und er macht immer dies der nächste macht immer reißverschluss auch wenn ich gerade aushole oder ich weiß ja da kommt so viel so viel alberner kram sage ich jetzt mal wo ich aber sehe dass die leute heute weil wir alle heute wie menschen sind heute alle sehr sensibel wir sind sehr empfindlich wo man sich dann mega gestört fühlt das tut mir immer so ein bisschen weh weil ich immer dann denke leute ihr seid amateure ihr macht das golf eigentlich zum spaß habe ich mal verstanden ich bin profi das heißt bei uns geht es um geld wenn ich turnier spiele geht es um geld und bei uns geht es fairer lockerer und offener zu als bei euch amateuren und das kann ja irgendwie nicht sein und da habe ich mal ich bin ich bin auch ein mensch der gerne von irgendwelchen so leidsätzen lebt und ich habe einen satz mal gelesen von konrad adenauer schon länger her ich weiß der hat gesagt du musst die menschen so nehmen wie sie sind kommen denn andere gibt es nicht ich will damit sagen da hat er ja völlig recht du kannst ja nicht auf der runde dir deine mitspiele so hin biegen und hinarbeiten wie du sie gerne hättest und vielleicht fängt man mal bei sich selber an vielleicht bin ich ja auch vielleicht ein bisschen komisch und habe von mir irgendwas was vielleicht den mitspieler ein bisschen stört kann ja auch mal sein hatten sie da gucken aber nicht so gerne hin man guckt lieber etwas machen die anderen und es gibt immer wenn ich wieder gefragt wird der frank was was soll ich denn tun was kann ich machen leute wir müssen lernen wieder miteinander zu sprechen und der hans-walter steinmeyer hat man vor zwei drei jahren auf einer neujahrsansprache dass dieses thema mal gesagt das fand ich richtig gut ist aber richtig gut getan die menschen müssen wieder mehr miteinander reden und ich glaube daran scheitert es wenn ich das sage höre ich natürlich dann von den teilnehmern ja aber ich will mir den tag nicht versauen und wenn ich den anspreche dann ist der sauer da sage ich leute das ist doch jetzt gerade ein widerspruch du hast etwas was dich stört aber behandeln willst du es auch nicht aber wie soll sie es dann lösen als beispiel wenn einer immer dann irgendwie was macht an lautstärke wenn du gerade am schwingen bist das merkt der ihn vielleicht gar nicht vielleicht sage ich ihm zweimal ganz freundlich du mensch egon kannst du mal bitte auch stehen bleiben wenn ich schlage ich mache es ja bei dir auch das kann man ja so freundlich sagen dass der denkt oh gott tut mir leid so das ist ja vielleicht gar keine große sache wenn das aber gar nicht kapiert okay dann 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 kapiert er es eben nicht ich glaube nicht dass das leute absichtlich machen das glaube ich einfach mal nicht das mag ja mal vorkommen diese berühmten wer wer schon mal lochspiel gespielt hat da kann man ja mit manchen tricks versuchen den gegenspieler so ein bisschen auszubringen leute das ist doch alles pille fit ist doch alles lächerlich ist doch albern ich glaube manchmal merken wir das gar nicht aber wenn ihr müsst lernen zu kommunizieren da draußen und wenn die kommunikation nicht funktioniert dann funktioniert sie nicht da muss ich aber gucken dass ich mich mit mir wieder beschäftige mich mit meinem spiel mit meinem ball beschäftige es hat da keinen sinn sich vier stunden an dem anderen aufzureiben weil der so fürchterliche dinge tut ich nehme das thema schon ernst wie er merkt aber auch nicht so dass es jetzt nicht irgendwie korrigierbar wäre also geht mal ran lernt wieder zu sprechen so jetzt kann es ja passieren dass du auf dieser golfrunde auf unterschiedlichste menschen triffst und unterschiedliche charakter triffst und auch leute die meinen sie wissen viel und wissen vielleicht gar nicht und vor allem nicht in dem zusammenhang mit deiner person da gibt es ja diese berühmten belehrer diese 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 berühmten besserwisser die dir dann versuchen dauernd in dein spiel reinzureden rein zu quatschen und dir irgendwas sagen wollen das ist grundsätzlich mal leute in der regel ja nett gemeint die regel würde sogar sagen dass man das gar nicht darf weil es ja belehrung wäre belehrung würde ja sogar einen strafschlag geben und so weiter also jemand darf einen ja gar nicht mal theoretisch belehren aber wie gehe ich damit um wenn ich das nicht haben will also ich bin spieler typ ich also ich habe das nicht so gerne wenn das einer so macht der meint es ja nicht böse wie gesagt da habe ich ja nur eine chance zu sagen hey du das ganz lieb von dir ich finde das toll aber lass mich einfach mal mein spiel spielen und dann ist alles gut und wenn ich mal was wissen wollte würde ich dich schon fragen so in der form vielleicht ja und dann ist auch immer ganz witzig das warum traut sich das jemand so und warum lässt ein anderer das dann mit sich machen das ist ja auch immer so gerücht ja ich habe mit dem gespielt der hat ja so gutes handicap und der weiß bescheid Leute lasst euch mal nicht von so einem handicap blenden ich kenne viele gute handicap spieler die von vielen dingen da draußen gar nicht so viel ahnung haben die kennt vielleicht viel für ihr spiel für ihr golf aber die wissen ja gar nicht wie dein golf funktioniert oder was was du vielleicht brauchen könntest oder nicht brauchen könntest aber nochmal die meint es nicht böse aber wenn es sich da stört sagt mensch du sag mir nicht böse lass mich einfach bitte in ruhe spielen ich weiß ungefähr so was ich machen will und alles klar vielen dank ich glaube das ist immer die frage wie man jemand etwas sagt und dann ist da auch ruhe drin und dann ist auch alles prima ja dann gibt es den anderen typ das ist der der viel redet der quatscher der redet permanent auch wenn er nicht gefragt ist es ist nur am labern am labern am labern so das ist ja auch eine frage warum macht jemand so das es gibt ja auch menschen die ihre nervösität damit irgendwie besiegen und ablegen indem sie viel reden und dann etwas abgelenkter sind von dem was sie eigentlich machen wollen und damit selber frei spielen denen aber vielleicht gar nicht so bewusst ist dass der andere der vielleicht in ruhe spielen möchte total genervt ist weil er denkt hoffentlich hält der leicht langsamer seinen mund ihr müsst das aus der aus der richtung sehen derjenige der viel redet der will vielleicht seine nervösität damit besiegen jeder sucht ja nach einem ventil haben wir schon ein paar mal erwähnt ein ventil wie kann ich denn so mit mir am besten umgehen aber auch da gibt es nochmal es gibt immer wieder wir kommen immer wieder auf das gleiche thema zurück es wird immer so sein dass man dann sagen muss du sein wenn ich böse bin also du bist ja permanent kannst du wenigstens mal ruhig sein wenn ich schlage oder so Leute man muss miteinander reden und nochmal wenn das die andere seite nicht verstehen sollte dann hast du halt einen freund fürs leben gewonnen ja also wird da muss man halt diese eine runde mit dieser person auskommen dann ist es einfach nur mal so aber glaubt mir es gibt schlimmeres als so ein quatscher aber den quatschen den quatscher kann man auch mal bremsen ja und dann gibt es die die das sagen die nicht offiziell aber die gelten als so regelpäpste das heißt die tun zumindest so als wenn sie die regeln komplett kennen würden ich will nicht böse sagen vielleicht gibt es welche die die regeln wirklich sehr sehr gut kennen ich kenne sehr viele die die regeln nicht so gut kennen wie sie tun als dass sie kennen würden so und dann ist immer die frage wieder das was ich immer höre wenn weil der vielleicht noch ein besseres handicap hat der hat ja immer recht was er sagt Leute ich kann nur sagen wenn du bereit bist mal ins regelbuch mal rein zu gucken dich mal so ein bisschen mit den regeln mal beschäftigst glaube ich weißt du auch schon ganz gut bescheid aber darum geht es gar nicht sondern es geht ja darum dass natürlich auf der runde dann mal so situationen entstehen können wo es dann richtig mal ein bisschen trouble gibt ja dass man nicht weiß kann ich droppen nicht droppen du sagst du willst droppen der andere sagt du kannst nicht droppen Leute es gibt immer die option noch mal einen zweiten ball zu spielen wenn man sich da an der stelle draußen auch noch vier nicht einigen kann welche regel ist jetzt richtig dann spielt man zwei bälle man spielt einen ball mit der regel wie ich das denke und ein ball mit der regel wie das mein zähler meinen regelpapst in dem moment denkt dann hast du zwei scores auf der scorekarte du musst definieren erster ball sechs zweiter ball sieben als beispiel und dann wenn man ins klubhaus reinkäme wird es wie die scorekarte erst mal nicht unterschrieben sondern man sagt zu dem zu der wettspielleiter so pass mal auf an dem loch hatten wir denen den fall muss noch geklärt werden und so weiter und dann muss das wettspiel schiedsgericht muss dann entscheiden okay welcher ball zählt dann jetzt und dann wird der eine weggestrichen und dann zählt halt der eine so das ist aber hat aber den vorteil und das ist ganz wichtig dass man dann ab dem loch vier nicht irgendwie stress hat sondern man hat ja zwei bälle da stehen die sache ist erstmal erledigt und man spielt normal weiter wenn natürlich das permanent vorkommt wird so eine runde mühsam ich weiß aber ja da müssen wir halt 17 regelbälle spielen nein müssen wir nicht ich ihr müsst euch auch mal lernen auch mal dann auch mal durchzusetzen und noch mal und keinen streit bekommen es gibt die möglichkeit immer mal dann zwei bälle oder wenn es sogar bei größeren turnieren kann man sogar sagen bitte man schritt sich da kommen was denkst du kann ich ja droppen oder nicht droppen noch mal es gibt genug leute die meinen sie kennen die regeln ganz gut aber das ist auch eine frage wie selbstbewusst man dann auftritt solche menschen treten dann oft sehr so selbstbewusst auf dass der andere natürlich sofort denkt oh wenn der das so sagt ist das so okay dann muss die sache aber auch für dich dann abgeschlossen sein das heißt es bringt ja dann nichts nachher nach der runde zu sagen ja ich hätte ja vier schläge besser spielen können aber der hat mich daher nicht droppen lassen da war ja dies nicht das geht gar nicht also die sache wird entweder draußen geklärt wenn sie draußen nicht geklärt werden kann spielst du zwei bälle wird sie am schluss geklärt und es geht trotzdem weiterhin über die 18 löcher und da herrscht eine einigermaßen saubere stimmung in dieser gruppe denn dieser regelpapst meint es nicht böse ganz beliebt sind die trödler die schleicher sie haben so ein tempo wie eine schnecke wenn sie rennt das ist natürlich wenn ich selber ein schneller spieler bin ich bin jetzt ein relativ schneller spieler kann natürlich mega nerven sein wenn dann leute überhaupt nicht vorwärts kommen jedes mal vier probeschwünge machen dann immer noch nicht wissen welchen schläger sie nehmen und das dauert und dauert und dauert ist ja alles noch so lange in ordnung auch das ist eine frage der regeln solange man nicht mehr als eine bahn vor sich frei hat dann wenn man hat man mehr als eine bahn vor sich frei hat kommt man schon in den in die in die in die bedrohliche dass man strafschläge bekommen kann wegen langsamen spiels jetzt habt ihr schon mal erlebt dass die leuten sagt mensch kommt wir müssen schneller spielen wir sind zu langsam dann gucken die nach hinten und sagen nee die gruppe ist auch noch nicht zu sehen da hinten nein hinten wird das tempo nicht gemacht das tempo wird vorne gemacht ganz wichtiger punkt das ist auch immer wird oft immer so vergessen vorne wird das tempo gemacht du musst anschluss halten an die gruppe nach vorne ob wenn die hinten zwei lücher dran sind sind in der gleichen position wie ihr nämlich kurz vor strafschlägen also man muss dann einfach mal sagen so passt auch leute wir müssen es einfach mal zügiger spielen wir müssen den anschluss halten da gibt es dann auch immer knatsch und so ich weiß das ist dann wenn einer so wie gesagt manche kommen ja gar nicht in die hufe oder können sich gar nicht entscheiden und die merken das gar nicht die sind in so einem fleck mal immer so drin dass die auch gar nicht besser spielen deshalb weil sie so langsam spielen und da gibt es ein gutes beispiel von der von der von der tour von den von den profis da kommt das ja auch schon mal vor und wenn dann der der schiedsrichter zu der gruppe fährt da weiß er genau dass in der gruppe nicht alle langsam sind sondern da ist vielleicht nur der eine eben sehr langsam dass er dann sagt so pass auf du bist ja langsamer aber die ganze gruppe muss dafür sorgen den anschluss an die gruppe davor zu haben und sie dann müssen sie noch zwei so zwei löcher noch so mitfahren die schiris um zu gucken ob das auch alles funktioniert und was die feststellen ist dass die spieler oft dann viel besser wieder spielen das heißt man 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 will es ja irgendwie gut machen man ist konzentriert man ist über konzentriert man 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 verfällt in so ein gewisses flag man kommt gar nicht mehr vorwärts und denkt man verlauter richtig machen schläft man wirklich bald ein und dabei hilft es einem wenn man zügiger spielt du in deiner gruppe hast ja nur die chance zu sagen so pass auf ich sag's dir jetzt und ich sag's dir zum zweiten mal wir müssen uns beeilen wir müssen nach vorne kommen wenn es dann ganz hart auf hart käme ist ja auch für die wettbelleitung klar zu erkennen okay der war der langsame und die anderen beiden waren relativ zügig dann würde auch nur derjenige die strafschläge kriegen weil er ja auch schon zweimal in der gruppe ermahnt wurde jetzt mal schneller zu spielen schön ist das nicht aber auch das ist schwer zu ändern man kann es ja nur begründen mit sachlichen argumenten wie es gerade versucht habe euch zu sagen und wenn das immer noch nicht wirkt dann setzt uns zwar auf die bank zwischendurch singen mal ein liedchen und warten bis dann der trödler auch langsam wieder zu unserer gruppe aufschließt liebe golfe liebe golferin jetzt komme ich zu einem thema das ist immer für mich muss ich ganz ehrlich auch immer sagen immer eines der unangenehmsten thema thema überhaupt und es ist ja auch ich wüsste nicht wo sonst aber es auch im golf natürlich unheimlich möglich zu schummeln nicht die wahrheit zu sagen beziehungsweise nicht alle schläge nach dem loch zu sagen die man gespielt hat ich weiß immer nicht schummeln ist immer so mit mogeln ist immer so ist vorsätzlich oder manchmal vergisst man es wirklich im eifer des gefechts mal diesen einschlag vergisst man mal wenn jeder mal ganz ehrlich für sich ist wenn du da draußen spielst und du bist völlig engagiert in deinem spiel drin dann rutscht einem schon mal dieser eine voll top der rutscht einem schon mal irgendwie durch und man hat am grünen wenn man gefragt wird hast du sechs oder sieben nicht habe sechs nicht es waren aber sieben weil der verdrängt wurde also ich will damit nur weiter ausholen schummeln mogeln vorsätzlich nicht vorsätzlich das ist ja einmal so eine fußball mit dem handabsicht nicht absicht oft es gibt dinge die sind sehr schwer zu definieren aber natürlich gibt es die das ist ja offensichtlich es gibt menschen die wirklich darauf ansetzen mit weniger schlägen nach hause zu kommen und da ist die große frage die unheimlich schwierige frage hast du eine antwort ne ich habe sie erst mal nicht die antwort was ich mit solchen menschen mache erst mal sage ich mal bin ich irgendwann enttäuscht und verachte sie aber es ist einfach schwach wenn einer mogelt also das ist ja eine frage immer ich weiß gar nicht was was die menschen damit erreichen wollen sie rennen nachher mit dem handicap rum was sie sowieso nicht spielen was ja gar keinen sinn macht aber welche chance habe ich persönlich jetzt ohne dass ich mich daran aufreibe dass ich jetzt mein spiel nicht kaputt mache nur weil da jetzt jemand mogelt ihr habt die chance und das wird leider oder selten immer benutzt du musst ja als zähler deine aufgabe als zähler ist ja nur das aufzuschreiben was dir dein was dir dann was dir dein spieler sagt wenn er jetzt sieben schläge hatte und sagt fünf bist du eigentlich nur in der verpflichtung fünf aufzuschreiben aber wenn du dich damit nicht nicht identifizieren kannst du sagst das ist ja permanent das geht überhaupt gar nicht du hast die einzige chance die du hast ist nach der runde zu sagen okay hier hast du deine scorekarte das heißt du hast sie nicht unterschrieben denn in dem moment wo du sie die scorekarte am ende der runde unterschreibst mit einem score wo du weißt das waren da 50 schläge weniger stehen hier drauf als eine würdigkeit hatte dann darfst du sie nicht unterschreiben ja das traut sich irgendwie dann immer keiner wundere mich dann immer das thema mogeln oder schummeln ist so ein riesen thema aber wenn es darum geht mal konsequenzen zu machen dann macht das keiner also da weiß ich immer nicht deshalb ist immer schwer für mich was was soll ich jetzt antworten das ist die einzige antwort ich erstmal geben kann am schluss du kannst sagen okay du hattest sieben dann gibt es den großen streit ne waren fünf ich habe neulich mal ein turnier mitgespielt in club internes als beispiel langes paar fünf und ich spiele mit jemandem in meiner gruppe war einer dabei der haut den ball so 120 meter ja langes paar fünf 480 meter das kann man ja rechnen der haut 120 sagt mir am grün aber hat so ein paar gepattet hat zwei patz sechs wo ich dann sage egon sorry wie viele waren das ja sechs frank ist da alle schläge oder nur die guten du hattest schon gemerkt was so komisch ist es waren daher acht ja aber das kann doch nicht sein ich habe doch da den langen und du schlägst 120 meter selbst wenn du jetzt jeden ball super getroffen hättest wärst du schon mit vier auf dem grün und mit zwei patz sechs das geht gar nicht du hast aber nicht jeden ball getroffen du hast da einmal quer und hast da noch einmal quer ich war mit der acht war ich glaube ich noch gut beraten also selbst in meiner gegenwart wo man denkt da traut sich ja vielleicht gar keiner passiert sowas nochmal jetzt ist es ist das absicht nicht absicht ich weiß es nicht es macht die sache auch nicht besser habe ich verstanden ihr habt nur die die chance zu sagen draußen direkt an der runde nee das waren aber jetzt mehr dann müsst ihr es halt irgendwie klären und wenn da keine klärung ist schreibst du halt auch was er will und am ende der runde sagst du hier hast du deine scorecard aber meine unterschrift kriegst du nicht dann mag der mega böse sein mega sauer sein aber wenn er ein bisschen ehrlich in sich selber ist wird er verstehen der hat recht gehabt ich kann mir auch nicht vorstellen dass so jemand dann abends auch bei der siegerung nach vorne geht und sich den preis abholt wie fühlt denn sich der wow also nochmal das ist die einzige sinnvolle antwort die ich habe und ich will auch nicht dass du deine runde kaputt machst weil du dich nur damit beschäftigst was da jetzt für ein Mist gerade passiert denn wenn die unterschrift von dir am schluss nicht drunter ist dann ist es disqualifikation also dann ist die strafe gerecht und hart genug es gibt noch andere mitspieler das sind die die sich die vielleicht total stumm sind die gar kein wort reden 18 löcher lang finde ich auch sehr anstrengend weil man dann nicht weiß hat man irgendwas falsch gemacht ist irgendwas was ist los hier ist vielleicht gar nichts der will sich nur konzentrieren und kann sich nur so konzentrieren wenn er eben nicht spricht oder der ewige zauderer meckerer wird er bei jedem schlachtern kommentiert und irgendwas erzählt und schläger in die tasche wirft und ausrastet was weiß ich es gibt da schon wirklich diese wirklich unsympathischen extrem spieler da draußen aber nochmal die frage ist ja immer wieder ich muss das immer wieder von hinten aufrollen ich werde die nicht ändern die frage ist ja nur was kann ich denn tun wie kann ich denn mit mir umgehen um in so einer gruppe auch dann 18 löcher lang spielen zu können das heißt stell mal vor du hast so eine gruppe du merkst der eine will gar nicht sprechen und der andere ist nur am maulen am meckern dass jeder schlacht schlecht schläger fliegt und scheiße und dies und überhaupt und das und jenes wow und du möchtest eigentlich nur weil du gut trainiert hast gut vorbereitet wirst du möchtest eigentlich nur deine runde spielen aber jetzt kommen wir ja zu den dingen die immer wieder wenn du dich mit diesem thema immer mehr beschäftigst immer wieder zurückführen du kannst dich nur mit dir selber mit deinem schlag beschäftigen das heißt du musst du musst grundsätzlich lernen so einen rhythmus zu finden wie schnell gehe ich auf der runde wie schnell gehe ich nicht ich renne nicht zu meinem ball hektisch sondern ich komme dann ruhe an ich mache meine vorbereitung ich mache meine routine ich bin dann wieder in meiner welt und mache meinen schlag und wenn einer ein bisschen vor rennt dann stört er mich dann warte ich wieder geh mal bitte beiseite also du kannst auf so einer runde ja nur überleben sage ich jetzt mal überleben ist ein bisschen hohes wort du kannst ja nur gut zurecht kommen wenn du dir ein dickes fell aneignest du wirst die menschen nicht verändern das muss ich immer wieder betonen es gibt welche die liegen an nicht okay die gibt es aber sonst auch nicht nur am golfplatz die gibt es woanders auch woanders hat man dann mit denen nicht mehr so viel zu tun aber hier muss ich jetzt diese ganze runde irgendwie mit ihnen und mit mir klarkommen und ich wollte habe mich ja gut vorbereitet ich möchte ja ganz ordentlich spielen und wenn ich aber schlecht spielen sollte hat es ja zunächst mal mit den anderen auch wenn das noch so unsympathisch und so unschön wie alles so ist hat es ja damit erstmal nichts zu tun ich bin vielleicht gar nicht in der lage mich in meine welt zu begeben und das muss ich muss jedes mal an wenn ich dran bin mit meinem schlag in meinen raum nenne ich das immer so reinkommen und das ist meine welt jetzt jetzt bin ich wichtig jetzt will ich diesen schlag machen und wenn ich gemacht habe komme ich wieder zu dieser entspannung und dann höre ich das gemaule da hinten der andere schweigt ohne ende am ende bin ich vielleicht der sieger wenn ich stark genug bin ich finde es ja grundsätzlich immer schön dass es so viele unterschiedliche menschen gibt und wir sind alle in unserer art unwahrscheinlich anders und unterschiedlich gegenüber dem anderen und das ist auch schön so aber es gibt es den der sich irgendwie an nichts hält als beispiel diese patlin das heißt vom ball zum loch wo man wo ich dann gleich patten möchte zum beispiel ist die patline da latscht man nicht rein da geht man drum rum das seht ihr auf der tour manchmal wenn die dann immer so kurze patz markieren weil die könnten die nur machen wenn sie sich in die patine des anderen reinstellen würden macht man nicht das hat was mit respekt zu tun ja oder wenn ich schlagen will ich stehe am ball und genau wo ich am ball stehe kommt dann jemand immer so in die in die verlängerung und will dann gucken wie ich schlage mag ich nicht ja stört mich das sind so rücksichtslose spieler kann man die nennen aber die haben es vielleicht nie gelernt und den hat nie einer gesagt hey das geht so nicht du musst dich schon mal an das an den an den ablauf behalten wie es da draußen ist und man hat den mitspieler nicht zu stören nicht zu beeinflussen aber auch da hilft wieder nur ich muss es ihm sagen aber dann muss man ja nicht gleich anbrüllen sondern wenn einer in die patlinie laden kann man ja auf dem weg zum nächsten abschlag sagen du pass mal auf nicht böse gemeint aber du trittst immer meine patlinie rein macht man will nicht achte doch bitte mal drauf die frage ist glaube ich doch immer wie ich jemand etwas sage oder ich bin wirklich ich bin mega unempfindlich ich persönlich jetzt aber wenn ich dann so am ball stehe und dann kommt einer so an in der verlängung und will gucken wie ich da so schlage das macht mich echt nervös warum ganz witzig vielleicht aber ich fühle mich dann mega beobachtet meine ich muss es dann ganz sauber machen weil der steht ja nicht ohne grund da hinten in der verlängerung der will ja irgendwas so sehen und ich denke oh fränke jetzt musst du ganz sauber schwingen du musst das alles richtig machen so das will ich aber nicht ich will nicht ertappt werden ich will nicht meine blöde ecke da oben sehen oder ich will sie nicht wissen dann muss man ihm sagen du oh sorry sag mal jetzt kannst du ein bisschen beiseite gehen nochmal leute die dinge passieren weil sie passieren aber ich kann damit umgehen indem ich laut blöd dem entgegentrete oder ganz sachlich nett und sagen du sei mir nicht böse aber ich irgendwie stirbe ich das kannst du bitte mal so das musst du vielleicht zweimal vielleicht musst du es auch dreimal sagen aber irgendwann kommt es an jetzt sagt er wieder ja da gibt es welche da kommt es gar nicht an hey wir spielen nur golf dann musst du dich wieder zurück ich bin immer der typ der dann wieder bei mir selber anfängt und sagt stopp dann ist es so wie es ist dann gehst du dein ding da durch ja du lässt dich nicht beeinflussen und ob es ein putt vorbeigeht weil jemand mit dem fuß in meiner patina drin stand leute wenn wir ganz ehrlich sind man macht es nicht ist ganz klar aber ob der ball deshalb vorbeigeht ist ja auch noch mal eine ganz andere frage also besinn dich immer wieder auf dich zurück du hast keine andere chance dich kannst du beeinflussen richtig und das ist mir viel wichtiger als das andere dann gibt es noch eine kategorie mensch die auch da muss ich ehrlich oft ich kann einfach nur für mich auch mal die sachen runterbrechen upsala wo ich zugeben muss dass mich das heute auch manchmal noch stört ist wenn ich hinter mir einen habe der meint er muss dauernd überholen ist auf der autobahn aber nicht anders wenn einer im kofferraum bei mir hinten drin ist mit seinem auto obwohl vor mir auch 20 autos fahren macht es irgendwie gar keinen sinn aber ich weiß nicht was der da hinten will so gibt es auf dem golfplatz die leute aber auch das nervt muss ich ganz klar sagen deshalb ist mir immer wichtig dass man lernt wenn man jetzt warten muss auf eine gruppe die davor vor einem ist dass man da nicht auf den schläger gelehnt ihr kennt diese stellung nicht auf den schläger gelehnt so genervt siehst du wenn du zurückkommst siehst du die schon und sind nur hoffentlich geht es da vorne irgendwie mal zügiger manchmal geht es halt nicht zügiger oder dann können sie dann hast du die fahne ins loch gesteckt und dann kommt schon der ball aufs grün gerollt das sind so diese 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 hektischen diese menschen diese 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 drängende die weiß ich nicht was die müssen dann zu anderen zeiten spielen die spielen meistens dann samstag mittags um zwölf und der platz voll ist und erwarten dass sie dann über den platz rennen können die müssen halt morgens oder abends spielen die frage ist natürlich wie gehst du jetzt damit um wenn es dich natürlich stört wenn du gerade noch in deiner anfangskarriere bist stört einen das noch mehr als es mich heute sogar noch ein bisschen immer noch so stört du musst halt gucken wenn vor dir genug platz wäre dann musst du sagen okay ich lasse die leute einfach mal durchspielen dann bin ich die los das machen aber viele heute nicht mehr ich sehe das heute manchmal erlebe ich dass das leute 18 löcher lang das zulassen dass hinter ihnen die leute genervt sind und drängeln und schlagen und vielleicht schon winken oder sonst irgendwas anstatt einmal zu durchzulassen leute da muss ich wieder an eure eigene vernunft appellieren appellieren sorry da muss man einfach sagen so pass auf wir nehmen jetzt mal zwei minuten zeit am nächsten abschlag passt das vielleicht dann sagen wir die gruppe geht doch bitte vor also spielt durch so dann bin ich die leute weg und ich habe wieder ein bisschen mehr ruhe für mein spiel der drängler macht das was er macht nicht gut sind wir uns einig aber du machst es dir nicht besser wenn du den nicht durchlässt denk doch mal an dein spiel an deine ruhe die du haben willst es hat doch keinen sinn die jetzt permanent da hinten waden zu lassen und du bist genervt du bist bist auch hektisch triffst die bälle nicht mehr gut du bist genervt was was völlig verständlich ist weil gerade am anfang wie sagt der golflaufbahn sind das dinge mit denen muss man lernen umzugehen ihr merkt schon über dem golfschirm wird ja viel geredet wie ich schwingen muss wie ich nicht schwingen muss das sind alles in dem und völlig unwichtige dinge die wichtigen dinge sind jetzt wo wir dabei sind wie gehe ich damit um wie aber die sache ab dass sie für mich für mich fein ist und nicht wieder vernünftig dann über die wiese gehen kann und lass ihn doch einfach durch spielen der ist nachher fünf minuten früher im clubhaus als du ist doch egal ist auf der autobahn nicht anders wenn ich den drängender vorbei lasse dann ist ein wagen vor mir dann wird er da wieder drängeln bis er durchkommt wenn wir beide dann über eine längere strecke fahren hat er vielleicht weiß ich was sechs minuten gewonnen und das dafür der ganze hektische aufwand er lohnt sich natürlich nicht ja du wirst diesen menschen auch wieder nicht ändern ob oder nervt er ist anstrengend dieser wrangler definitiv aber sorgt für du dafür dass du das nicht mehr hast diesen diesen drängel fritzen lass ihn durch das ist gel gas 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 Vielen Dank.